so moin leute ich probiere heute mal was cooles aus und das akali spielen mit majors und schwertes okulten dabei ist der dennis julian sorry ja genau mal wieder ja mal endlich mal wieder ein headset kann es endlich mal wieder zocken ja ich habe schon gedacht den hörchen da gestern was doch du das ja sehr überraschend ja ich will versuchen mit beiden teilen 20 stecks zu bekommen leider gibt es dieses wie heißt es nicht wie es das noch leviathan ja genau leviathan das hatte ich einmal im freien spiel habe ich mir alles mit akali gekauft und das war richtig geil wenn du alles auf 20 stecks hast du bist ich kann man einfach nicht mehr tötet du hast einfach so krass der mensch ja jetzt wollte ich mal schauen wie das mit akali so läuft ihr und wie viele leute mich dafür flamen werden das wird so böse wenn wenn es wirklich klappt alter dann wird das richtig killer soll ich jetzt sofort mit dings ankommen ich fange sogar jetzt aggressiv an alter schau dir an was ich kaufe oh mein gott haben werden in welchen sprach den ersten kill schon ne ne nicht in waden doch blue smithless und ja ja komm erst mal hingehen warte ich switch uns mal weg channel switch user was moved to your channel ok zwei lights werden deine kugel ist es gilt ja ja cool gut muss dich was machst du scheiße du trottel und da dass das mir nicht weg vergesst 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 das das blatt ist aus hat der geist geüßt hat der geist geüßt ja komm hier mal remain focus terrik hat ja dann wahrscheinlich nicht doch klar in hast du bisher einfach vorgerannt du bist ja einfach vorgerannt jetzt herrick vorrennen lassen müssen ja hessische weil du für heute zwischen ganz schnell zurück wegen deinem du war ja eigentlich schon naja ich verpasst zwar jetzt ein bisschen fahren aber egal es ist ja egal solange ich deren blut krieg wir sind geht jo hab's geschafft arg danke boah ich hab direkt nen towershot bekommen nice äh lass mal direkt zu unserem blue gucken gehen haben die nicht geguckt die trottel ich werde nicht mehr einhören um zu unserem blue zu machen bestimmt boah ich brauche noch ein minion warte ne noch eins scheiße nein wer steht noch sauber ja sehr schön ja ich muss gegen lissandra die eigentlich sehr op ist in der mitte ja oder gar nicht eigentlich sie ist sehr ob ich kann die gegen adene er mit alles was du ade mitte spielen kannst ja dies generell sehr stark hessischen jetzt kaum cool dauern ja und vor allem dann dieses rand ja auch noch kurz für die red dann komme ich na die lässt auch ein bisschen pushen wie die aggressiv am anfang hat so paar spells gemacht aber sie autotag hat die ganze zeit als gehe ich noch mal schnell blu gucken alles klar ich habe nämlich das gefühl dass hikarim da jetzt ist bin unterwegs brito waren und fort das andere sind da ist das andere wenn man sich ausfakt er geht die kriegen wir jetzt nicht weggegangen doch ja warte noch kurz kommt von der Prozent das ist der Schauspiel Leifertöten hoch hoch die Minions das Sturm in den zweiten Scheiß Bergen egal wo steht der Verstattung bei mir erst mal egal was ich mache mehr sein lassen soll übelst er hat ja noch was dort ist bewegt sich so ist er kam mit 7 sind sehr super einfach zu tun vor allem er aber so krass cc am starten schaden willst du nur haben hat ich habe kein blühen krieg ich den oder willst du den in der dünn ich habe mich jetzt mein erstes teil mit das um mein gott schade dass das nicht auf Prozent zum Beispiel am Anfang auch wenn du zum Beispiel ein solches das was dann die Stacks von dem einen kill schon nimmte naja das ist nicht so schlimm dann wäre das eigentlich viel zu okay und stehst du mal 8 0 o was kauf ich mir dann medias barf 16 Stacks was soll das denn es ist ja schon ein bisschen ja alter weißt du noch früher wie hieß das nochmal der ring der irgendwann rausgenommen wurde auch keine ahnung weiß ich nicht das war noch killer shit da habe ich angefangen alter und eine woche später wurde rausgenommen ja da habe ich nicht mal gespielt wo es den gab warte ich komme aber ich komme ich komme mit aber manchmal stelle Muslims und kommen dann wieder habe ich auf k jetzt immer zu allen schreiben jetzt habe ich ulti ist ein riesen umweg laufen extra aber egal da war eine hackerin was habe ich getraut alter bot lane kommt du brauchst kills ich brauch jeden kill den ich bekommen kann versuch dir alle zu lassen ob es dann alles gut kacke so nicht der terry korn er ist auf kardin sein Oh du Scheiße Ah Alessandra Alessandra Naja schade A Summoner has been connected What?! Da Guts kaufen Ab geht ja ab auf die Lane Äh Quatsch, ich bin ja Guckenlaner Hups Ab auf meine Lane Ja ich glaube ich sollte mal Top gehen Ja Ja Aro bei Malfight, Alter, den kriegst du nicht tot Auch geht schon Ja warte Zwar 90 Rüstung aber nur 50 Magic Resist Ja Geht eigentlich ne Aber der pusht jetzt Ich bin immer noch Level 5 Alter Fuck Er hat keine Worts Er hat keine Worts Auf Egal Egal Hier Red machen Und bis dahin ist Alessandra wieder da Ja die hat aber wahrscheinlich geworden Weißt du Ja die ist 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 Der wird ne Machen die Spells ad damage Meine E Ja Weil das ist halt ok Ad und Ap Wo ist sie Weiß ich nicht Er hat mich gesehen Doch da Nein Nein Gut gemacht Nice Er war wirklich gut Kannst du mit Groovers anfangen? Schon Aber wenn du brauchst Wenn du ihn gerne haben willst dann Bei mir ist es scheißegal Ich habe so geringe Mana Kosten wie es zu vain Wie viel kostschwert ist okkulten? Oh fuck alter Scheiße Egal Dann komm mal mitte Töt mal Hacker Weil das okkulten kostet genauso viel glaube ich Wenn nicht sogar ein bisschen weniger Hat er nie jemand gekauft großartig Komm mal mitte töt mal Hacker an Ja warte ich mach ihn schnell hier fertig Ah der ist jetzt eh weg Wo? Ist weg Da kannst du ja jetzt nochmal für Lissandra kommen Ja wein Ja wein Ah scheiße Hackerum hat mich gesehen Damn Ich komme Egal Egal ULTI ULTI Killer Er hat Ghost gezündet Und ULTI geused Weißt du die Tower diven wir Warte ich kickse raus Gott schade Huch Egal Egal Einsteck Fast verreckte Ja 1200 hat Schwertes okkulten gekostet G hab ich Du bist du bist tot? Nein ich hab fast gestorben Gut gut Wollte schon grad sagen Das wäre ziemlich bad gewesen So jetzt Schwertes okkulten Passt Oh mein Gott Hahaha So greedy Alter ab jetzt kannst du so krass greedy reingehen Einfach zerstören Ja wenn nicht mehr Ich brauch erstmal Stacks man Ich glaub nicht dass ich jetzt gegen Lissandra 1 Oh du doch der 1000 Du hast jetzt schon 100 Allein schon durch Majors bist du jetzt schon relativ stark Ich probier's jetzt mal einfach mal aus LOL Naja Du hast sie gehastet Alter Du musst die Schupotts schmeißen Mein Fall ist oben Nimm ich mal rein Nimm ich mal rein Nimm ich mal rein Nimm wenigstens Flash raus Hier ist Hacker scheiße Hier ist Hacker scheiße Nimm ich mal einen Augenblick jetzt mal nehmen Töte ihn doch Töte ihn doch Ja Problem war Die Ulti macht ja äh Fast einen Live Schaden ne Und ich hab die aus Versehen gehäutet als er fast tot äh gehauen als er fast tot war Lass mal Mitte mal aufräumen jetzt Die Stacks hast du jetzt schon auf deinen Dings Aber immer noch Gar keinen Ne Hab ja nix gemacht Wir gehen den gleichen Weg Ich soll dich mal angreifen Ja die macht ja irgendwie nix Ja die macht ja irgendwie nix Sie ist weg Die Olle Ich glaub die hat da ein Wort drin Ich glaub die hat da ein Wort drin Ja Wie wir immer so Spieler entweder worden so ganz oder gar nicht Ne Ida hat ja am Anfang direkt gewordet Also denk ich mal dass sie jetzt auch noch gewordet hat Aber warte jetzt kann ich ja nochmal grad kommen Oh da ist ein Pony Da ist ein Pony Da ist ein Pony Pony will nicht Botlane Wir gehen jetzt Botlane Wir haben das gerafft Warte noch Ich hab nur einer Boots, das 5 Sehr egal Warte Höhnen Höhnen Sauber neun stacks und vier Alter Scheiße Geile Fuck Das wird so abgehen, ich sag es dir. Oh, hier Hilfe, komm. Ich komme hier nicht rüber, warte. Lissandra kommt. Ja, ich habe noch meine eh ready. Aber ich glaube, die nimmst du jetzt auch schon so. Wolle. Nein, die ist hier. Ja, jetzt hört's ab. Geh mal da rein. Ja, schade. Wenn sie da gewesen wäre, hätte ich nur über die Wand gekonnt. Aber ich gehe jetzt zurück, ne? Also pass auf. Ey, du stehst schon 5-0. Ah, die ist... Ah, da ist sie, da ist sie. Ah, da komme ich dann nicht. Die ist aufs Maul, Alter. Das ist krass. Oh, die sind doch schlecht. Nein! Oh! Oh! 9 HP, Digger. 9 HP! Ich habe jetzt aber 2200 Gold, 11 Stacks und 6 Stacks. Ja, geh auf jeden Fall tanky. Also hau dir jetzt direkt Reilies rein. Hol ich auch. Muss, Alter. AD und HP habe ich genug, ey. Alter, das sind so böse. Aber richtig, wenn ich erstmal 20 Stacks habe, kriege ich erstmal 15%... Ne, ja, 15% Lauftempo und 15% Cooldown Reduction dazu, Alter. Oh, auf das Lauftempo? Hä? Auf Okkultem, ja. Oh mein Gott. Ich sag's dir, das wird gleich so böse. Ja, komm, hol dir Blue für den Cooldown. Pass auf, mach jetzt nix. Oh, Pony ist unten. Go. Pony ist unten. Go, 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 go. Ich hab keine Ultima, scheiße. Oh, Geist kommt. Ich muss nur eine kriegen. Ich muss nur eine kriegen. Eiße. Bisschen ran, bisschen, 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 bisschen. Ja. Huh, ja, Mann. Ich bin Gott gleich. Scheiße. Das ist cool, ey. Das gleich mal mit Katharina machen, ne? Ja, müssen wir auch mal mit Katharina machen. Das wird bestimmt über. Ja, Mann. Oh, schade. Aber egal. 17, 12. Oh. Bald bin ich soweit, dann krieg ich schon mal Cooldown Reduction. Und dann noch Movement Speed, dann geht's ab, Alter. Na, dann ist aus. Dann geht da gar keine Chance. Okay, ich hab'n Counter gegen Lissandra, also zum Babysit und Akali Hybrid. Und jetzt noch den Malfight holen. Ja, holen wir. Gönn dir. Komm ran, Alter. Lass mich verarschen. Er hat mich so krass geslowt, ich komm nicht mal ran. Scheiße. Ja, egal. Was geht mit Lissandra ab, Alter? Ja, hol dir auf jeden Fall noch, äh, Dings, äh, äh, Zaubervampiren. Und leist ja so krass. Okay, die ersten 20 Stacks hab' ich. Ja, aber jetzt war's. Oh mein Gott, warte mal kurz. Tür klingel. Ach, jeder da. Ja. Als nächstes hol ich mir Hextech Gunblade. Bleibt hier. Schade, Leute, dass ich euch nicht so viel davon zeigen konnte, aber, naja. Das war der Hammer. Ja, das war auf jeden Fall nice. Das hat verdammt viel Schaden gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.